Eine wichtige Fotoidee passend zu Halloween. Macht so ein Bild von euch und an der gleichen Stelle ein Bild, wie ihr euer Kopf in die Hände legt. Macht das erste Bild davon in die Epixart. Geht hier auf Zeichnen und wählt mit dem Color Select Tool die Farbe von eurem Gesicht aus. Malt damit über euer Gesicht, bis es ungefähr so aussieht. Geht dann auf Foto hinzufügen und fügt das zweite Bild hinzu. Platziert es so, dass die Arme von den beiden Bildern genau übereinander liegen. Geht oben aufs Radiergummi und umkehren, um mit Wiederherstellen das Gesicht in eure Hände zu malen. Macht dann mit dem Radiergummi so einen Halbkreis am Ende von eurem Gesicht und macht alles darüber weg. Jetzt nur noch aufs Zeichnen gehen und mit schwarzer Farbe den Rand eures Gesicht nachziehen. Verbindet das dann zu einem Oval und malt es aus. Und that's it! Lasst mich wissen, wie ihr das Endergebnis findet und folgt mir gerne für mehr.